Ferrai mit der Möglichkeit zur Führung und das ist wunderschön gemacht. Weiter geht's, das ist Ferrai. Ferrai, Spiel gedreht. Ferrai zieht da mit Tempo in die Mitte, dann dieser phänomenale Schuss. Martilnia sieht kein Land. Machen weiter Druck. Ferrai, Supertunnel gegen Müller. Nachspielzeit. Vorbei, Nicolau, Ferrai, der ist drin, Wahnsinn. Die Mitte auf den Ausgleich vor dem Pausenpfiff. Ferrai mit einer wunderbaren Flanke auf Jan-Henrik Marx.